Und freuen uns auf... So, da kommen wir mal rein. So, da kommen wir mal rein. Ja, komm! Ey, komm, die Politik, lass los hier gegen die Wand! Okay, danke! Aufschalten! Abschalten! 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 Und wollen, dass wir nicht nur ein Häuser bauen! Abschalten! 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 Aufsäulen! Aufsäulen! Dankeschön. Denn das Restrisiko ist ein reales Risiko. Und ein Risiko, wobei es eben nicht nur theoretisch ist, wie es bisher auch in den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts immer angenommen wurde. Und damit überwiegt und übertrifft das reale Gefährdungspotenzial der Atomenergie alle zivilisatorischen Risiken, die wir ansonsten in Kauf nehmen. Es ist ein Risiko von ungeahnter Ausmaß, weil es gerade auch die Menschen betrifft, welche erst nach uns kommen werden, meine Damen und Herren. Wir müssen auch wissen, dass gerade 0,1 Prozent eines möglichen Schadenfalls in Deutschland tatsächlich versichert ist. Das heißt, der sogenannte billige Atomschonne ist der teuerste Strom, der jemals produziert wurde, wenn er die tatsächlichen Kosten machen würde. Der Anteil der Stromerzeugung, der auf Kraft-Wärme-Kupplungsanlagen geht, von derzeit 10 Prozent auf 50 Prozent zu erhöhen. Warum wird das nicht gemacht? Weil die Atomkonzerne dagegen sind immer in diesem Lande. Das passiert, was die Konzernbusse in Verbindung mit der Deutschen Bank nachts beim Bundeskanzleramt aussah. Raus aus der Atomenergie, raus aus den großen Kraftwerken, hin zur Sonne, zur Dezentralität. Die Zeit der Atomlüge ist vorbei! Ich bin Luise, Luise von X-Tausend Mal Quer. Letzte Woche? Letzte Woche ist das AKW Neckar-Westheim 1 abgeschaltet worden. Wahrscheinlich für immer. Ja, normalerweise, normalerweise würden wir das jetzt feiern. Aber irgendwie ist seit zwei Wochen überhaupt nichts mehr normal. Seit zwei Wochen, seit dieser unbeschreibliche Horror da im Gang ist. Da schmelzen drei bis vier Reaktoren, da sterben Techniker, die irgendwie ganz verzweifelt versuchen, diese Dinger wieder in den Griff zu kriegen. Und ganz Japan hat furchtbare Angst vor Regen, vor verstrahltem Trinkwasser, vor verstrahltem Spinat, vor Fallout. Mir wird entsetzlich schlecht vor Angst, wenn ich daran denke. Und mir wird auch schlecht vor Wut, ehrlich gesagt. Weil das klingt doch alles furchtbar nach Tschernobyl. Das klingt doch nach den 80ern. Das haben wir doch alles schon gehabt. Ich kapiere es einfach nicht. Habt ihr das nicht gesehen damals? Hat es nicht gereicht? Hat Tschernobyl nicht gereicht? Was muss eigentlich noch passieren? Und wie viel schlimmer muss es noch kommen, damit ihr das endlich begreift? Diese Dinger sind nicht sicher. Die waren nie sicher und die werden auch nie sicher sein. Es gibt nur eins, was hilft. Abscheiden! Abscheiden! Und zwar sofort! Abscheiden! 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 Aber ihr da hinten, im Regierungsviertel, ihr kapiert das einfach nicht, oder? Ihr behauptet jetzt, dass ihr Konsequenzen zieht. Aha. Deswegen gibt es jetzt ein Moratorium für sieben AKWs, die jetzt nicht mehr sicher sind. Wohlgemerkt, das sind dieselben AKWs, die uns vor ein paar Monaten noch für absolut sicher verkauft haben. Und zwar für so sicher, dass wir die ganz problemlos noch jahrelang länger betreiben können. Gar kein Thema. Die sind jetzt nicht mehr sicher. Und in ein paar Monaten, wenn euer Moratorium rum ist, dann sind sie wieder sicher, dann kann man sie wieder laufen lassen. Sag mal, seid ihr bescheuert? Glaubt ihr ernsthaft, dass ihr damit durchkommt? Wer soll euch denn das noch glauben? Ernsthaft, das ist doch pure Wahlkampf-Taktik. Ihr gebt das doch sogar offen zu, euer Wirtschaftsminister hat das gestern gesagt. Das einzige, worum es euch geht, ist die nächste Wahl. Und die einzige Antwort, die ihr auf diese Katastrophe habt, ist beschwichtigen. Ja, die sieben AKWs sind jetzt vom Netz, aber nur bis Juni. Nur bis die Landtagswahlen rum sind. Nur bis sich die ganze Debatte wieder schön brustert. Dann können die einfach so wieder weiterlaufen. Sag mal, versteht ihr nicht, worum es geht? Versteht ihr nicht, dass es hier nicht um irgendwelche Prozentpunkte geht und um Wahlen? Sondern, dass es hier darum geht, die nächste Katastrophe zu verhindern, die genauso gut hier stattfinden kann. Weil nämlich kein einziges AKW sicher ist. Auch hier, jedes AKW ist eine einzige verdammte tickende Zeitbombe. Aber das akzeptieren wir jetzt nicht länger. Nee, Frau Merkel, das war's jetzt. Endgültig. Diese sieben AKWs da, die kriegt ihr nie wieder ans Netz. Und von den anderen könnt ihr euch auch gleich verabschieden, weil nämlich jetzt kein Platz mehr ist für eure Beschwichtigung. Und jetzt ist auch kein Platz mehr für eure Lüge von den sicheren AKWs. Frau Merkel, das war's. Die Atomkraft ist jetzt endgültig am Ende. Liebe Leute, für dieses Ende der Atomkraft müssen wir sorgen und werden wir sorgen. Wir werden nämlich diese AKWs, wenn sie wieder angefahren werden sollen, einfach blockieren. Mit X-Tausenden, mit gewaltfreiem Blockaden direkt an den Kraftwerk. Weil ich kann nämlich nicht mehr einfach zusehen und ich glaube, euch geht's genauso. Bei diesem Irrsinn kann ich nicht länger zusehen, jetzt schon überhaupt nicht mehr. Wenn Merkel also, wenn die diesen Reaktoren im Sommer wieder anschalten will, wenn sie den nächsten Supergau riskiert, dann stellen wir uns quer, dann blockieren wir die Dinger, damit endlich Schluss ist mit der Atomkraft. Aber Moment, dafür brauchen wir euch. Wir brauchen euch da im Juni mit uns in den Blockaden und wir brauchen euch vor allem auch jetzt schon. Deswegen geht auf unsere Website, sobald ihr zu Hause seid, auf die von X-Tausend Mark mehr und erklärt öffentlich, dass ihr diesen Irrsinn nicht länger mitmacht und dass ihr mit uns blockiert oder mit uns solidarisch seid. Weil nämlich, je mehr wir sind im Juni und je mehr wir vor allem auch jetzt schon sind, die jetzt erklären, dass sie das nicht länger mitmachen, desto größer wird unser Druck und desto schwieriger wird es für diese Regierung, die alten Schrottmeiler wieder anzufahren. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging heute Morgen, aber ich war mir ziemlich unsicher, wie das wird mit dieser Demo. Und ich war mir ehrlich gesagt auch ziemlich unsicher, ob ich diese Rede hier echt halten soll, wo ich mit dem ganzen Grauen hin soll und ob ich überhaupt den richtigen Ton treffen kann, so Mut machen und so. Aber jetzt, mal ganz ehrlich, jetzt hier zu stehen und euch zu sehen, bis da hinten, ich kann euch überhaupt nicht mehr sehen. Das macht so viel Mut, so unbeschreiblich viel Mut. Leute, diese AKWs sind jetzt angezählt und wir schalten sie ab. Jetzt endgültiger Fläger! Noch immer steigt Rauch auf vom Atomkraftwerk in Fukushima. Es ist außer Kontrolle und niemand weiß genau, was dort im Inneren gerade geschieht. Doch nicht einmal von diesem Grauen lassen sich die Lobbyisten der deutschen Atomindustrie aus der Passung bringen. Sie beschwichtigen, sie erklären unverdrossen, es sei doch alles nicht so schlimm, schon lange nicht so schlimm wie in Tscharnobyl. Sie sagen, wir, die Deutschen, wir neigten zur Panik. Sie behaupten, die Polen und die Franzosen seien viel klüger, weil sie wüssten, man könne nicht auf Kernenergie verzichten. Ich sage, das alles ist blanker Unsinn, meine Damen und Herren! Demen vertrauen wir unsere Zukunft und die Zukunft nicht mehr an, weder in Japan noch in Deutschland, meine Damen und Herren! Es ist endlich Zeit, Konsequenzen zu ziehen, zu erkennen, dass Atomkraft schlicht und ergreifend zu groß ist für Menschen, dass Menschen diese Kräfte nicht beherrschen. Und deshalb ist der Ausstieg, Atomausstieg wichtig und er bleibt richtig und wir werden so lange kämpfen, bis wir ihn erreicht haben, in Deutschland, in Europa, weltweit! Ich bin entsetzt über so viel Schuss vor und die glauben, man könne die Menschen dumm halten und meinen, man würde drei Monate aussitzen und dann weitermachen wie bisher. Wir brauchen kein Moratorium, wir brauchen einen geordneten Ausstieg, meine Damen und Herren! Das ist die Wahrheit! Wir erleben eine großartige Demonstration mit 120.000 Menschen allein in Berlin, einer Stimmung, die deutlich macht, raus aus der Atomenergie! Und zwar schnell! Die Anti-Atom-Bewegung sagt der Bundesregierung deutlich, schaltet ab oder wir schalten euch ab! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!